Darf man noch Witze über den Bahnstreik machen, oder ist der Zug schon abgefahren? Kann ich Ihnen eine Frage zum Bahnstreik stellen? Nein, aber kann ich Ihnen eine Frage zum Bahnstreik stellen? Haben Sie zufällig normale Fahrgäste gesehen? Ich finde hier nur Reporter. Bahnstreik? Sind das nicht diese Geringverdiener-Probleme? Ich finde es super. So habe ich eine Ausrede fürs zu spät zur Schule kommen. Warum streiken Sie? Oh, damit ich endlich mal wieder schlafen kann. Bei den ganzen Schichtdiensten ist das ja gar nicht möglich. Inwiefern? Wieder Bahnstreik. Ist doch zum Kotzen, ey. Ah, dann sind Sie quasi ein Streikbrecher. Drei Tage Bahnstreik? Können die einfach sagen, ihr Zug hat 3840 Minuten verspätet und würde das doch gar keiner merken? Hallo. Wäre Harry Potter Deutscher gewesen, wäre er nie in Hogwarts angekommen. Diese Woche soll es ja schneiden, da wäre die Bahn sowieso nicht gefahren. Außerdem hieße er dann auch, Harald Töpfer fällt mir gerade so auf. Die Lokführer wollen mehr Geld und weniger arbeiten. Und wo sollen dann bitte die 1,3 Millionen Euro Boni für den Vorstandsvorsitzenden herkommen? Mir fordere weniger Arbeitszeit. Ich verbringe ja 16 Stunden auf der Schiene. So lang sind Ihre Schichten? Nee, aber ich komme ja mit der Bahn zu arbeiten. Keine Zeit, ich muss den Zug um 12.30 Uhr bekommen. Aber es ist doch schon 13 Uhr. Dann habe ich ja noch jede Menge Zeit. Na, die Leute duplicate. Oh. Oh? Untertitelung des ZDF, 2020